Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Void. Diesmal erkunden wir mal die Fireflies hier. Ich denke, sie sahen, als die Räume der Farbe mit der Inanimation verabschiedeten. Aber seit der Fäume kam, sind nur die Pläne geblieben. Verzüglich alle Farbe, die noch nicht verabschiedet hat. Dann zurück zum Vögel. Oh, da ist noch mehr Farbe. Und Predators hört sich nicht gut an, wenn wir gerne gleich auftauchen. Da ist noch mehr. Aber ich sehe irgendwie gar keine Lebensaufzeige. Also die Farbe-Anzeige. Da war jedenfalls so einfacher Ausgang. Hier. Da war auch. Was mich denn immer frage, wer hat das hier ausgebaut? Ich meine, hier sind doch alle Trug und so. Warum bauen die Sachen auf? So kann ich jetzt nicht mehr Sprint hin. Jetzt, wenn ich die Tasse drücke, dann läuft es schon langsam rein. So irgendwie. Na. Kann sein. Haben wir davon, was wir hier. Oh, du siehst nicht. Ja. Hier kann ich wenigstens mein Leben sehen. 23. Aber ich kann was rein tun. Nicht, dass wir hier doch irgendwie verrecken. Den absoluten Tod sterben. Kann ich dich jetzt sammeln? Ja. Was? Hat er eben gesagt, da ist kein Tod im Beut? Ja. Hat er eben gesagt, da kann man sterben? Hä? Muss ich nicht verstehen. Hallo. Ausdruck bitte, danke. Noch eine Stufe höher. So. Kann ich jetzt mal mit dem Zeichen, oder? Ja. Was ist denn so? So. Socek, ja. Meine Hand sind fast transparent. Soll ich jetzt da, was ist? durchsichtig ah, wer hallo, Faben das ist ein Zeichen Da sind mehrere. Ok, da geht es noch weiter zusammen. Näh, dachte ich bin da so vorbei. Ah ja, ne? Sie erwartet. Da ist der Ausgang. Höher geht es noch nicht. Die Nett-Sisters sprechen immer mit mir. Ich werde dein Geist. Ja. So, wir haben alles abgekast. Alles mal schön einsammeln. Könnte ich bestimmt gebrauchen. So. Und zurück. Ok. Was für Gefahr? Was für Gefahr? Gold. Ah, ich kann raus und rein so. Ok. Dann gehen wir mal in die Mine. Okay. Dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. Okay. Dann gehen wir mal rein. Okay. Jetzt müssen wir' in dieser Schamber. Ich bin sicher. Es sind einfach so schwer. Es sind diejenigstlich zu finden. Es sind nicht. Es sind diejenigstlich. Dann gehen wir mal rein. Oh, oh, oh. die immer mit ihren Brüder anscheinend sind die Brüder sowas wie die Feinde hier, die Schwester den reden wir also mit einer der Freunde 20 Hertz für eine Säle und für mich hat schon viel ob wir die alle überhaupt finden so wie ich mich mal bei dieses Umwand stelle hab ich jetzt nicht gleich davon ausgenissen, dass sie finden denn da oben ist aber was ich sehe die Geräusche es wird wohl das hart sein da oben wir haben noch ein bisschen Farbe ein bisschen gewüns grün ist immer gut, da oben ist noch mehr grün aber erst mal das Herz hallo Schell dieses Glyph chargert das Luft mit Farbe und kreiert eine protektive Schell rund um ihren Kreator während die Schell presentiert wird das umgekehrte Luft wird denser macht es unmöglich andere Glyphs erhöht die Anzahl der Farbe, die in der Glyph genutzt wird die Zeit der Schild mit einer Schild mit einer Schild und man muss ein Kreis zeichnen ah hörst du auf was ist das denn hörst du das sein hörst du das sein ich bin hier nicht so ein Viech kein Viech kein Viech ich bin der color von dir Kraft und der Pflege ich bin der color ich bin der光 von dir dein Willen und der Friede wie ist das Luft die Licht oder so wie ist das denn was wäre das denn wie es aussieht erst mal raus das relativ lange lange hand meine Frage da fühle ich mich Ja, gleich richtig sicher hier. So, wir schnappen uns natürlich nach den anderen Farben hier. In meiner Hoffnung, dass jetzt kein Viecher an Marshal kommt, noch mal ganz schön zu zaubern. Ein Schutzherz, aber ich glaube, dass er das Zeichnet wird. Kann ich da runter springen? Ja wohl. Sehr schön. Da ist er von mir. Ist grün voll? Ja. Nee. Kann ich das noch rausnehmen. Aber dann ist Gold voll. Na, egal. Jetzt kann ich dich aber aufnehmen. Ja. Okay, jetzt gehen wir da zurück. Oh, der Weg bitte will auch da hin. Jetzt wieder hochkommen wird. Ey! Bitte, die Maus hängt fest. Waren uns. Endlich. Seltsam. Gehen wir da hin. Wir sind ja tot. Wir können ja springen mehr. Wir wollen im Prinzip. Aber jetzt, wo wir so einen Schutz haben... Denk ich mal, kriegen wir auch bald Besuch von netten kleinen... ...viechern oder so. Wir wollen jetzt mal raus hier. Wir wollen jetzt mal raus hier. Nein. Jetzt komm zurück in meine Zimmer. Ich habe mehr zu erzählen. Ja, was hast du mehr zu erzählen? Sisters. Ist da eine Art Weg, um sich selbst zu töten? Hallo. Warum hat er jetzt nicht? Ach, muss ich das gerade drücken. Aha. Ich hoffe, diese Glüben werden nicht zu kompliziert. Ich werde gar nicht mehr durch. Es ist jetzt schon etwas Beklopter in den Glübenzeichen. Hallo. Samar. Hallo. Jetzt. Ich habe dir zuerst zu erzählen. Ich habe dich nicht zu erzählen über das wichtigste Unternehmen. Zeit, den Wurden und Hunger sind die gefährlichkehreiquen hier. Warte, ich hoffe, die Brüder gehen nicht zu einem Haus. forever but if they ever return and find you you'll be thrown into the nightmare if they understand who you really are there'll be no mercy they're brutal but blind we could trick them together if you collect the color in my chambers grow a garden and feed me they'll decide that you're a new brother the one that I was destined to then they'll accept you as their apprentice and give you some color so you won't die of hunger and then we would see what we could do start by growing a garden this is your best life source fill as many trees as possible to the tips of the branches and collect your first harvest then my heart will be at ease open chronicle so somehow okay auf okay wir müssen erst mal fahren kann man schon die browsers angucken wir sehen ja alle sehr nett aus doppelganger ist klar sisters ach da gibt's auch verschiedene sehr schön ich schätze mal die werden wir alle noch kennenlernen okay also gut dann sehen wir uns gleich wieder wenn wir uns die farben machen dann 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 dann